Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Normalerweise ist bei rezyklierten Produkten das ursprüngliche Material nicht mehr zu erkennen und man weiss nicht, was z.B. mit dieser Getränkdose passiert. Ganz anders ist das bei der Rewatch, der Uhr aus Recyclingmaterial, das Sie exklusiv bei GOP bekommen. Jede Rewatch ist einzigartig und ein einmaliges Sammelobjekt. In jeder Rewatch erkennt man die ursprüngliche Getränkdose und keine Uhr sieht aus wie die andere. Auch Teil des Armbands dieser Einzelstücke ist übrigens Recycling. Bei einzelnen Modellen stammt das Leder sogar aus dem Sitz einer noblen Automarke. Wow, what a fight, what a really great fight! Beautiful how it's working, the man. Beautiful, love took. The aluminum can is going down, but oh, 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 what's going on? River! 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 Exclusivo! Go, bitte! Seis Geld retten! Die Rewatch-Kollektion wird laufend erweitert. Sie orientiert sich an Modetrends, aber auch an ökologischen Aspekten, ist selbstverständlich bis 30 Meter wasserdicht und stossfest. Das Glas besteht aus kratzfestem Mineralglas und die Batterie kann man problemlos ersetzen. Die Greyerzer kommen Sie bei uns aufs Wochenende zum Aktionspreis über. Die Redaktion der Goop-Zeitung hat sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen und damit ein ganz spezielles Fondue kreiert. Armin Amrain weiss, wie es geht. Grüezi miteinander! Neben dem Greyerzer braucht es auch noch Freiburger Wascherein. Aber wie immer alles in der Reihe noch. Zuerst das Gemüse, wie Rüebli, Stangensellerie, Finkel und so weiter rösten und in Fondue gabel gerechte Stücke schneiden. Auch tiefgekühlte Brokkoli oder Blumenkohl eignen sich sehr gut. Im Salzwasser so lange kochen, bis alles noch besser ist. Jetzt geht's mit dem Fondue ganz normal weiter. Skaglo mit der halben Knoblauchzehe ausreiben, den graffelten Greyerzer zusammen mit dem Knoblauch ins Skaglo geben, wieder zufügen und aufkochen. Dann den Wascherät dazugeben und ebenfalls schmelzen. Meine Zähne mit Kirsch und ein wenig Zitronensaft auflösen, zum Käse geben und weiterköcherlen. Nach dem Abschmücken mit Pfeffer, Paprika und Muskeln das Fondue sofort servieren. Statt Brot werden jetzt eben die Gemüse-Stücke im Fondue gedünkelt. Und wer es noch nicht kennt, wird angenehm überrascht sein. Das Rezept für das Gemüse-Fondue steht diese Woche in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Fondue mal anders. Eine überraschende Rezeptidee, die sich besonders gut für eine fröhliche Tischrunde eignet. Auch ich möchte Sie jetzt überraschen, und zwar mit verschiedenen Neuheiten, die Sie in unseren Läden entdecken können. Die beliebte Fertigrichtlinie Midi Le Menu ist vollständig überarbeitet worden. Acht neue Rezepte aus hochwertigen Zutaten stehen ab sofort zur Verfügung. Für jeden Geschmack und für weniger als 6 Franken pro Person. Auch die Zubereitung ist denkbar günstig. Einfach im Wasserbad oder Mikrowellenherd erwärmen, anrichten und geniessen. Boursin Duo heisst der einzigartige Brotaufstrich aus Frischkäse und Sauerrahmen. Boursin Duo ist optimal streichbar. Man kann ihn nähen zum dippen und zum verfeinern. Und wenn man nicht alles aufs Mahl braucht, lässt sich der Becher wieder verschliessen. Ebenfalls zum streichen, aber auch zum kochen und backen eignet sich die Margarine Bonjour Free. Bonjour Free ist die erste Margarine ohne Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Konservierungsmittel, Aromen oder Farbstoffe. Sie enthalten ausschliesslich ungehärtete Pflanzenöle und riecht dafür gleich nochmal so gut. Nicht mehr speziell vorstellen muss ich Ihnen die typisch italienische Frühspitze von Lussardi. Neu ist die Linie jetzt mit zwei Varietäten ergänzt worden. Mit Prosciutto Funghi und mit Quattro Formaggi. Beide mit dünnem und knusprigem Boden für noch mehr Pizza-Gnuss von Lussardi. Themawechsel. Es ist Zeit für die Aktionen. Alle Sorten Gruyère, offen oder verpackt, sind per Kilo 54 günstiger. Und ein Butterzopf kostet aufs Wochenende 2,10 €. Mit den Go-Profit-Karten gibt es ebenfalls aufs Wochenende Geschenkeli zum halben Preis. Und Bonjour Free, die Margarine, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, gibt es auch zum halben Preis. Sonders günstig kommen die Karteninhaber morgen zum NatLD. Inklusive EasyCard kostet das Gerät bei uns und bei Radio TV Steiner 419 Franken. Bei diesem Kauf sparen Sie also ganze 350 Franken. Sie wissen ja, Go-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren! Das war's für heute. Danke, dass Sie Zeit haben und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen! gameplay Berlin des Büro parent looked e� Fisch